Ich halte meine Luft so lange an, bis ich in dein Video komme. Bro, ich hoffe inständig, dass es dir jetzt, 24 Stunden später, noch gut geht. Dein Keller ist echt cool, da gibt es ein Kino und eine Popcornmaschine. Wow, ganz ruhig, Finger weg von der Popcornmaschine, die ist heilig. Autos fahren gut, aber Züge fahren Güter. Alter Leute, warum tut ihr mir das an? Was ist 22 und ist cool? Mehr Anzeigen, du nicht.